Herzlich Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy X. Wir rennen mal ganz schnell zurück und holen die Kiste. Im letzten Part wollten wir Yuna ja eigentlich dazu überreden die Reise abzupacken, haben aber dann doch mit ihr zusammen entschlossen, dass sie die Reise weitermacht. Es steht hier so eine Frau. Schon gehört? In Bevel ist etwas los gewesen. Tempelkrieger verwehren Fremden den Eintritt nach Bevel. Dabei kam ich hierher, um im heiligen Tempel Bevel zu beten. Okay. Dann mal ganz kurz nach da, um zu gucken. Wollen die sich dann mal kurz noch ansprechen. Ihr könnt jetzt hier nicht nach Bevel. Hier herrscht der Ausnahmezustand. Zivilisten haben sich nicht einzumischen. Hint fort mit euch, aber plötzlich. Sagt er noch was anderes? Die Zivilbevölkerung hat sich widerstandslos zu fügen. Andernfalls wird sie festgenommen. Okay. Aber hier könnte ich nicht da lang. Wo ich doch gar nicht da lang will. Okay, gut. Nur ein Test. War nur ein Test. War nur ein Test. So, dann wollen wir mal den anderen nachgehen. Vielleicht ist Orca aufgetaucht, derweil. Aber ich glaube nicht. Wir schauen einfach mal. Nein. Auch hier ist nichts. Vielleicht müssen wir da später nochmal einmal hin. Ich weiß es jetzt nicht. Gehen wir mal den anderen hinterher. Okay. Unsere nächste eben, äh... Unsere nächste Passage ist dann die, ähm... Der Bierjagr Gagazet. Mag ihn nicht unbedingt. So, war einer kurz. So. Dann gleich den anderen hinterher. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was er橋ieren würde. Die Komlands. Vor kurzem, die High Summoner kämpften Sinn hier. Die Straße endet hier. Beyond, es gibt keine Stadt, keine Stadt, nur Endless Plains. Many Summoners stray from their path and lose their way here. I've always known where to go. I... I won't let you die. I'll find a way, somehow. Let's go. I told Yuna, I would find a way. I guess... I wanted to believe that words could make it come true. Angelekt ab der stillen Ebene. Hier müssen wir erstmal runterlaufen. Das ist ein Weg. Ähm... Und da ist wieder unser Freund Mayton. Den wollen wir doch mal kurz ansprechen. Nein! Ein Kampf ist drin. Warte mal. Das kann jetzt ja auch klauen. Das heißt... Perfekt. Nein! Oh, schön. Der trifft auch. Und kriegt gleich eine reingebubbelt. Eigentlich müssten wir jetzt, ähm, Kimari so ein bisschen aufpöppeln. Aber jetzt erstmal noch nicht erstmal zu, ähm, Mai Chen laufen. Na, was sagst du uns? Na klar. Na klar. Mhm. Das ist einphere, wie ich incorporated wurde. Die großen batteln können Sie in diesem gesamten Bereich marsch in diesem Land waren nicht Can. In dem Moment. Im Gegensatz zu können. Das war es geschafft. Derätig. 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 Das ist bereit. Derätig. Derätig. Das ist wichtig. Derätig. Na klar. Derätig. Derätig. That's why this place is now known as the calm land. Exactly who dubbed it so, is unknown. And that, as they say, is that. Interessant, interessant. Wir wollen erstmal weiterlaufen. Ähm, ja. Dum, ba, dum, bum, bum. Das wäre Robert, kann ich eh noch nicht so unheimlich viel machen. Also es ist jetzt sehr wichtig, dass wir halt Gemari mitnehmen. Und wir sind krass in der Zeit, finde ich ja. Also 37 Stunden führt zur stillen Ebene. Finde ich schon sehr gut, muss ich das sagen. So, jetzt sind erstmal einige störenden Friede weg. Gemari, wo bist du? So, Aura macht erstmal nichts. Nein, nein, nein. Na! Wiedersehen. Auf Wiedersehen hoffe ich. Leider nicht. Huch! Das war aber gerade. Tada! Also wenn es jetzt möglich ist, werde ich die Gemari erstmal nicht mehr austauschen. Mein Choki! Mein Chokoboki! Chokoboki, bleib hier! Nein! Ey! Wie gemein, oder? Ba, ba, ba! Was? Auf Wiedersehen! Ja, ich weiß, dass ich den eigentlich nicht mit, ähm... Der müsste ich jetzt mit Lulu eigentlich angreifen. Ich weiß nicht, was hat er denn? Ich glaube, wie soll ich das machen? Ich glaube, das ist Eis. Eis! Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, man sieht auch schon, dass die eigentlich weniger geben als, ähm... Irgendwas anderes. Ich würde jetzt gerne einmal fix darüber laufen. Ähm... Noch gar nicht mal so sehr nach da. Also zu diesem Ding in der Mitte. Weil wir wollen... Also da, in diese Felsspalte, die jemand da schon so ein bisschen sieht. Na. Möchtest du wohl auf? Auf Wiedersehen. Mal erst mal jetzt... ...andere Dinge kaufen. Möchtest du aber ein Glück? Stirb! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! So, weiter geht's. Immer noch geradeaus. Wenn diese Felsspalte, die ihr jetzt auf... ...ein Uhr sieht. Na ja, gut. doch 1 Uhr. Da wollen wir fix einmal hin. Juni, mach bitte einmal das, das, das und das. Dankeschön. Und weiter geht's. Wie viel hat den Kimari? Hat zwei schon sehr gut. Aber der muss auf jeden Fall so ein bisschen uns einholen. Aber wir müssen auch noch was fertig machen. Deswegen will ich mir auch mal fix eben was holen. Ah, der hat sich ja wieder die Pest. Der ist ja nicht so schnell weg. Da war er jetzt nicht so ganz pragmatisch. Nein, das ist mir egal. Wenn die Eisgär angreifen, dann machen wir Feuer da drauf. Mal gucken. Und wiedersehen. Leider nur nicht. Aber jetzt auf Wiedersehen. Juhu. Jetzt ist aber auch mal wer anders. Wir müssen auch noch, also Tidus. Ich muss auch noch ganz viel sein Gemetzel da anwenden. 4, 5 hat der anwenden. Ja, meine Güte. Supi. Ich hab mich geübt. Kann ich jetzt nicht mehr tot sein? Doch, ich seh schon steigen. Ich seh schon diese Dinger aufsteigen. Und schon mal ein gutes, äh, ein gutes Zeichen. Ich war gar nicht jetzt so im Takt, ne? Null. Nada. Warte, wir gucken mal einmal ganz kurz. Ja, meine Güte für einen Punkt. Aber manchmal ist das auch schon ganz, ganz wichtig. Weil hier kriegen wir nämlich jetzt jede Runde was mit. Das ist ganz gut. Er soll ja auch sein Ding da lernen. Nein, nein, nein. Retardschock. Ich glaub, das ist ja so ähnlich, wie Jojo macht, ne? Also bei Faris. Guck, siehst du, bei ihm hat sich das auch schon gleich gelohnt. Können wir gleich einen Zeitsheroid einbauen. Und, und, und. Er kriegt 200. Ich wollte gerade sagen, 200 im Likraum. Witzig. Gar nicht so witzig, ich weiß. So, die kann jetzt Vigra. Auch sehr schön. Er geht mal einen weiter und kriegt ein bisschen Magie-Points. Wozu braucht er das eigentlich? Also Vakka ist ja jemand, der irgendwie magiemäßig gar nichts braucht. So, wo gehen wir jetzt mit ihr hin? Dahin. So, Auron kriegt dann nochmal Angriff. Schön, wunderbar. Obwohl, der braucht gar nichts mehr, ne? Der ist ja schon so viel, der hat ja schon so viel Angriffskraft. Der braucht eigentlich gar nichts mehr. So, weiter geht's im Text. Juni, komm her. Juni, komm her. So, und weiter geht's, weiter geht's zur Felsspalte. Felsspalte. Da-ba-da-ba-da-ba-ba. Oh Gott. Ein Wendigo. Ein Hinterhalt. Nein. Nein. Hört ja auf. Auf Wiedersehen. Nein. Na gut, 570, das ist doch okay. Wenigstens haut der nicht drauf. Äh, die setzt einmal aus, bitte. Auf Wiedersehen. Und dann kann nämlich Riku mal einmal zuhauen oder irgendwas klauen. Ich glaube, klauen ist besser bei ihr. Kraftquellampen. Okay. Boom. Ein Offer, Offer. Umme gibt's da. Nein. Ach so, die kann ja auch. Nee, ich will über Gebete mal. Oh, das so gar nichts bringt. Warte mal. Du bleibst da und haust nochmal drauf. Zack. Äh, Luluvar Wacker kommt jetzt einmal rein. Sechs. Und jetzt kommt einmal Herr Auron und macht den Auf Wiedersehen. Oh, fünf, sechs. Fünf, drei, mein. Fünf, drei. Scheiße. So, weiter geht's im Text. Weiter geht's im Text. Kimari muss noch sehr viel üben. Aber jetzt kommen ja auch jedes Mal neue Gegner, glaube ich. Naja, so neu sind sie auch wieder nicht. Chance zum Präventivschlaf. Auf Wiedersehen. Ja, nicht getroffen, aber trotzdem hat er was gemacht. Letztendlich ist das da egal. Auf Wiedersehen. Und er macht Fünf, Sechs. Jawohl. So. Also, Kimari lasse ich jetzt definitiv immer drinnen. Die anderen, die sich so ein bisschen, ähm, die müssen sich so ein bisschen... Ja, und was sich hier befindet, werden wir das nächste Mal klären, wenn ich dann reingehe. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Final Fantasy X. Was verwirkt sich vor mir schon, diese falsche Felsspalte? Keiner weiß es, keiner weiß es.